Karl Spitzweg schrieb einmal, wir bleiben alle Kinder und wird die Welt auch noch so alt, der Mensch, er bleibt ein Kind, zerschlägt sein Spielzeug mit Gewalt, wie Kinder eben sind. Wenn alles erst in klein zerstückt und nichts mehr zu verderben, so sucht er wieder neu beglückt und spielt dann mit den Scherben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020